So, der pickt ab. Ich pick auch runter, runter, runter mit der Bremse. Kurz in den Spiegel geschaut. Was haben wir denn hier wieder? Oh, oh, ja, sorry, sorry, sorry. Ich war abgelenkt. Wieder Maut. Da, wassett. Hier ist die Hölle. So, ich kann nicht mehr, wie es ist. Hier ist die Hölle. Da ist die Hölle. So, ich weiß noch, wie es ist. Fluch ist es schief, die Hölle nicht schief. kann sich ja bremsen bremsen das leben auch unnötig schwer machen so eingabe tasse drücke ich doch gerne ok die strecke habe ich auch noch heil überstatt ich habe gar nicht geachtet bremsen bremsen da hat ein schild dran glauben müssen aber jetzt da weiß ich nicht wie ich da besser gefahren so junge jetzt mal gas mal schauen was du hergibst ich bin jetzt so optimistisch da gebe ich mal vollgas 80 ist auch die autobahn frei das ist eine baustelle ich kann mal lieber wissen vom kars weg scheint aber nix ernstes zu sein 90 und dann haut wahrscheinlich mein begrenzer rein na gut ein schild hat dran glauben müssen aber im vergleich zu den letzten folgen und ich bin extra nach luxemburg jetzt vor kurzem gefahren und habe mir mal diese autobahn auffahrten angeschaut die sind nicht so wie im spiel das soll ich überholen naja jetzt gibt der gas die sau ein kleines elefanten rennen 80 90 hoch 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 Tick, 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 tick. Oh, oh. Oh, oh. Chemida, Chemida, da bist du richtig mutig geworden hier. Fasten. Bis zum Ziel schaffst du das auf jeden Fall, oder? Ja. Vielleicht kann man am Ziel schlafen. Nein, nein, stopp. Vielleicht sollten wir mal schauen, ob man hier mal piekt. Nein, wir fahren noch weiter. Gibt es einen Grund, dass ihr so langsam fährt? Gibt es noch etwas übersehen? Gibt es noch einmal? Nein, das wollte ich nicht. So, hier geht es irgendwo ab. So, lieber ein bisschen langsamer, das scheint auch eine Engelkurve zu sein. Ja, sauber. Oh Mann, da hättest du ein bisschen Abstand halten können. Hätte ich die Kurve ein bisschen enger gezogen, hätte ich sie mitgenommen. So, was ist das für ein Symbol hier? Ah, verstehe. Sieht doch alles sehr gut aus. Boah, 31. 30. Wie ist die Autobahn gefahren? Ich hab doch Blinker ausgemacht, Junge. Ich bin doch gleich am Ziel, 30 Minuten noch und dann kannst du schlafen. Das ist jetzt zweispurig. Ich trau dem nicht hier. Ich, dass er jetzt hier plötzlich wieder abbiegt. Na komm, lass mal dich noch rein. Wollt nicht rein. Ah, jetzt wird abgebogen, jetzt muss man aufpassen. Oh. Sieht schon ein bisschen länger aus, die Kurve. Oh, ich glaub wir haben wieder ein Schild erwischt. Wir haben wieder ein Schild erledigt. Aber ihr müsst doch zugeben, ich hab mich enorm gebessert. So, und da vorne können wir auch schlafen. Was überholst du hier? Habe ich den jetzt absaufen lassen, oder wie? So, wie ist denn das mit schlafen? Nächste Pause in 7 Minuten. Das ist mir so risikovoll, bevor ich jetzt hier nochmal... Sorry. Eine Strafe hole. Ich weiß ja, wie es bei meinem Einparkmöglichkeiten aussieht. Bleib weg, bleib weg.